Die Persönlichkeiten von Frau Dr. Chris bis zu Andreas Kohl und unserem Sozialminister Kohl und dem Sozialminister, ich denke gerade nach, ja ja, Hunsdorfer, klar. Aufmachen in dem Fall. Aha, Spanier, oder? Nein, das ist der Renzi. Ah, der Renzi, genau, der Renzi ist das. Er war, glaube ich, exakt 72 bei seinem Amtsantritt. Helmut Kohl ist eine Spur älter als ich. Das weiß ich deswegen, weil er zwei oder drei Klassen über mir war. Wir sind nämlich ins gleiche Gymnasium in Innsbruck gegangen, ohne einander wahrzunehmen damals. Herr Professor Van der Bellen, Sie waren ein Jahrzehnt lang Parteichef der Grünen. Ihr Wahlverein sitzt in einem grünen Büro, Ihr Wahlkampfleiter ist der ehemalige Parteigeschäftsführer, Ihr Pressesprecher ist der Klavischnik-Pressesprecher und die Grünen bezahlen ihren Wahlkampf. Was genau an dieser Kandidatur ist überparteilich? Ich muss einen überparteilichen Wahlkampf führen, Herr Wolf, anders kann ich ja nicht gewinnen. Was genau an dieser Kandidatur ist, Herr Wolf, anders kann ich ja nicht gewinnen. Ich bin 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 ja nicht gewinnen.